das verstehe ich immer noch nicht warum mir da was angezeigt wird obwohl nix da ist ein f150 speedrunner juhu kleidung naja da freue ich mich ja ein skyline und kleidung da lotus so haben wir jetzt alles nur hier online da nicht da nicht da nicht da die wahlen ein scuderia ferrari sehr schön bringt mir nichts mist und das muss so das hat aber jetzt alles nichts gebracht weil ich schon hatte richtig ja ich habe ein paar neue autos fünf stück und noch ein geschenk läuft super wild spins läuft aber das hat jetzt keinerlei punkte gebracht natürlich nicht ich glaube das schaffe ich nicht mehr das schaffe ich nicht mehr ich weiß nicht ob es punkte bringt wenn man hier was freischaltet auch guck mal weil es noch gar nichts freigeschalten das muss ich sowieso füllen liebst tobe dich im dschungel aus ok ich bereite ramiro auf eine expedition zum dördrenn außenposten vor verirrt euch nicht 50 punkte amiga bist du bereit für den dschungel es geht um einen dort außenposten und eine gewisse große katze der ich auf der schweb ach die kann ich ja gar nicht machen wie verbringt mir das wollte ihnen alles gar nicht machen aber egal tausend die letzten zwei abenteuer was soll es sein ich habe eine münze wenn das hilft ich glaube j will dir nur sein neues auto zeigen obwohl auch ein paar unbekannte anrufer nach ihm gefragt haben was hat er diesmal angestellt genau das hat ramiro auch gesagt ich geb ihm grünes licht für den marathon hola amiga die horizon straßenszene ist so groß wie nie und das ist alles dein verdienst gracias ok das bringt verdammt viel voll oder horizon hat mexikanisches auto wrestling und ich sitze hier in der zentrale fest ich füge deinem kalender hinzu ich frage mal alejandra ob sie genug fahrer findet die ein horizon kolossos gegen dich fahren würden hey patrick das letzte abenteuer sollte also keine schwere wahl sein aber welcher song bei deinem einzug in die ruhmishalle gespielt werden soll das ist schwer jonda mia mia das wars horizon apex ist erledigt den bau meine ich die rennen sind nie erledigt die labert die ganze zeit von ruhmishalle aber ich habe es doch noch nicht erreicht ich habe es doch noch nicht erreicht ich tue jetzt alles an freischaltung machen was ich kann ich warte schon eine weile darauf das ist das schauren das ich schon immer mal machen wollte wir sehen uns da ja wir sehen uns da boah ich hab so viel zu tun danach oder wir haben so viel zu tun großartig sie filmen den neuen vengit force teil und der star frankie burman fragte nach dir ich glaube zwar ihr beiden seht euch nicht sonderlich ähnlich aber frankie scheint echt eine hilfe zu brauchen und die letzte der titan gibt bestimmt nochmal 2000 jetzt insgesamt absolut ich sag alex dass der titan klar geht kaum zu glauben aber das ist so ziemlich alles was mir zu horizon wild einfällt du hast es geschafft sehr schön keine neuen autos so wie viel brauche ich jetzt noch 13.000 ich dachte ich werde jetzt zu gebombt dem war nicht der fall wegbereiter schild ja ich boah vielleicht schaffe ich das noch ich weiß es nicht ich habe ja noch wie viel zeit habe ich noch der sommer endet in einem tag zwei stunden da habe ich ja noch morgen naja schauen wir mal was mich nur nervt erreich ich die rumshalle oder begibt dich eine achso man hätte hätte man ernsthaft hätte man das auch anders machen können wenn herr star wolf in der rumshalle ist und ich in seine kolonne gehe ich glaube aber nicht dass ich die jetzt freigeschaltet habe wo ist denn hier das hauptdingens da ist das hauptdingens sondern müsste auch hier irgendwo die boah ich sehe vor lauter symbolen nichts mehr wo ist die denn ich gehe mal zum hauptfestival ich weiß nämlich gerade nicht wo es ist ich habe jeden straßenracer von guanajuato bis zur küste angerufen zeit für den marathon warum zeigt er mir einen scheuen von dann achso bereit zum abholen da entschuldigung hola mi amiga Hayley hat mich angerufen bereit für den kolossus kannst kaum erwarten zu sehen wie du das ding bezwingst da ist die rumshalle ich habe gerade erfahren dass du den titan genehmigt hast oh das wird ein spaß wir sehen uns dort 1954 nahm chevrolet am ersten internationalen rennen teil der carrera panamericana mit einem neuen sportwagen aber bei dem ging die pleuel stange durch den motorblock er war der ersten etappe hinüber sie sind inzwischen viel besser am rennen fahren lojuro die hier gehört jetzt dir äh äh ne best lister angucken ne da wird ja irgendwas wenn ich das schaffen soll was ist eigentlich das hier vorne äh äh wo ist es denn jetzt denn da ja hast du eine herausforderungskarte gefunden nein will ich nicht ein anderer racing fahrer möchte deine fähigkeiten testen nein will ich nicht so aus dieser wunderschönen drift spezialfolge wird jetzt eine drift spezialfolge mit wegbereitern ähm es ist wieder ein tag rum ich habe viele neue autos was war der falsche knopf hauptsächlich drift autos für verschiedenste auszeichnungen in drift zonen äh ja mir fehlen nicht mehr viele punkte und festivalspielliste sagt mir verdienen insgesamt neun ständer bei wegbereitern da kriegen wir auch noch punkte das heißt wir machen jetzt wegbereiter das heißt wir wechseln das auto jetzt und dann suchen wir uns mal die nächsten wegbereiter raus und gucken dass wir da möglichst viel in kurzer zeit schaffen das angepinnte was da links ist das können wir ignorieren wobei das kann ich aber eben ausmachen so dann machen wir hier noch eben die wo sind sie die driftzonen weg die wegbereiter rein und ach mensch guck mal da ist ja 30 sekunden von da nach unten sollte ja wohl machbar sein einfach fällt vielleicht ein das gibt keine drei sterne das war belastend jetzt und gas ah komm quer fällt ein hier sind schon keine bäume guck mal da geht doch wunderbar oh die ergebnisse des wegbereiters können sich sehen du hast du ein neues navi oder so noch 4450 punkte boah man diese kackbäume geh mir die auf den sack ey hey das hier ist ein wegbereiter du musst zum stator zurück wenn du es noch einmal versuchen willst der hat nicht gezählt ich konnte und zwei sterne komm ich habe auch was machst du halt wo muss ich hin ach das ist der ich hasse den das auto ist aber auch nicht für wasser diese ich habe keinen bock auf die scheiße die verdiene 1 2 sterne da es waren drei sterne ich wollte schon sagen und damit waren es nur noch und noch mal was noch tausend sieben punkte dann nehme ich doch vor glatter freude schnell reise schild hier mit der dichter und darin jetzt nicht mit ob ich gerade ganz spontan dagegen entschieden eigentlich schon mal hier ich vermute dass ich da die falsche karre für habe vor allem mit ohne anlauf bringt gar nichts wenigstens ein bisschen und sprung Oh, bis jetzt sind wir schön sauber aufgekommen. Das gefällt mir. Oh, jetzt komme ich quer. Jetzt komme ich quer. Gas, 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 Gas. Drei Sterne. Sie sehen dich zwar nur am Start und am Ziel, aber das scheint sie nicht zu stören. Das interessiert mich nicht. Oh, 500 Punkte. 350, das ist natürlich das Geilste, weil Freifahrt so viele Punkte zu kriegen. Das heißt, es reicht jetzt auf einen Stern. Egal wie doof ich mich... Also egal wie doof ich mich anstellen, das ist nicht richtig, aber das ist durch. Wasser. Wasser. Egal. Egal. Ein Sternreich. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Natürlich, da wo Bäume sind. Alter, ich konnte es gleich. Das ist... Boah, wie ich sowas hasse. Ich hasse es einfach nur wie die Pest und Bäume. Habe ich schon immer ein Vorzeiterost. Weil du fährst gegen Bäume. Die sind... Das sind die Magneten. Du wirst quasi von denen ange... Alter. Ruhig bleiben. Ganz ruhig. Es gibt mit Sicherheit auch einfache Dinge hier durch. Wenn mir geht es um einen beschissenen Stern. Ja, was ist das hier für eine Pampa? Alter! Jetzt... Ernsthaft jetzt? Ja, was ist das hier für eine Pampa? Meine Fresse, ey. Ich hasse die Pest. So. Ein Stern. Jetzt sag nicht, dass ich da nicht mal... Ich habe nicht mal einen Stern. Ich habe nicht mal einen Stern bekommen. Jetzt brauchst du nur einen Stern. Jetzt schaffst du nicht immer den scheiß Ding. Boah, gib mir das auf. Hier gibt es bestimmt irgendwie einen geheimnisvollen Geheimdienst. Den ich kenne. Alter. Ich kotze mich ab. So eine Scheiße. Na, fahr mal außen rum. So weh, jetzt kommt doch irgendwann was nicht aufhalten will. Außer Schatten. Boah, dieses Wasser, ne? Aber da war doch mal 16, 17, 15 Sekunden still. Zwei Sterne reicht. Endlich. Witzig. Du redest mehr als alle anderen Horizon-Fahrer, die ich kenne. So. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festival-Spielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Ich habe doch gerade eine Stellreise gemacht. Machen wir es nochmal. So, hoffentlich muss ich da jetzt nichts machen. Ich glaube, ich hoffe, ich muss einfach nur anmelden und dann ist das Ding durch. Ich glaube, du hast es geschafft. Komm besser gleich her. Du bist in der Ruhmeshalle. Willkommen in der Ruhmeshalle. Heim der größten Fahrer in der Geschichte Horizons. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festival-Spielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Du hast es geschafft. Aber warum aufhören? Es gibt immer noch mehr zu tun. Warum kriege ich denn da jetzt so viele Punkte auf einmal? Was soll das? Hä? Ich bin drin. So, habe ich das jetzt geschafft? Ich muss hier nichts mehr machen. Hey Patrick, jetzt da du in der Ruhmeshalle bist, kannst du an exklusiven Events nur für Mitglieder teilnehmen. Du kannst mir später danken. Die Prüfung... Nein, online. Ich will jetzt doch nicht mehr online fahren. Was ist denn jetzt hier? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie lange soll das denn jetzt dauern? Weißt du? Dauert, dauert. Du musst warten, ey. Zum Kotzen. Wird das heute noch was? Oder was ist jetzt hier Phase? Oder soll ich mir noch um... Ich warte doch jetzt nicht so ne... Ey, das ist doch zum Kotzen alles. Boah, dass man für alles so lange warten muss. Ja, brech ab. Team finden. Komm, neu. Veranstaltung beginnt. Super. Hier funktioniert gar nichts. Ich hab keine Zeit für so'n... Ah, es geht los. Ich hab ja... Ich musste ja nur ne Viertelstunde warten. Das ist so gescheuert ist sowas. Ey, wenn ich fahren will, dann will ich fahren und ich gleich. Online-Spiele. So, was ist jetzt hier Phase? Jetzt hab ich kein YouTube mehr. Jetzt ist alles schon weg. Ja, und ihrem Elite-Team von Superstar-Fahrern ist dieser Festival... Ja, fahren kann ich. Boah, dieses Warten. Das ist so... Das ist so... Das ist so ungeduldig. Wenn man so ungeduldige Menschen hingeht, hat das mit gar nichts. Ich hab keinen Bock, hier rumzusitzen und zu warten. Vor allem, ich weiß nicht, ich hab keine Lage, ich hab nichts. Ich weiß nicht, worauf wir jetzt hier warten. Wahrscheinlich, dass irgendwelche 56 kamen wurden im Resetten oder so. Keine Ahnung. Ich hab jetzt schon eine 5-Stimme gewartet. Soll ich jetzt noch mal länger warten? Sag mal... Ich zieh' ich aus dem Auto raus und trete dir in die Fresse. Meine Güte, was sind das für Kinder... Hier im Kindergarten. Also, ich trete dich virtuell. Ich... das nicht... nicht. Boah... So, jetzt geht dann endlich los. Es sind drei Events. Ich hoffe, wie schnell dann ist die Sache durch. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist so nervig alles gewesen. Gut, der Weg zur Ruhmushalle war halt groß. Oder lang. Nicht groß, sondern lang. So, Bronco, Bronco. Ja, komm, interessiert mich nie, was da für Idioten mit rumspielen. Ist mir doch egal. Solange die... Solange wir Platz 1 erreichen, ist mir doch egal. Von mir aus können die alle gewinnen und ich bin letzter. Das interessiert mich nicht. Ihr merkt schon, ich hab keine Ambition, das Ding hier zu gewinnen. Boah, die sind alle mindestens doppelte hohes Level wie ich. Naja, nicht ganz. Gegen unschlagbare 3 Wattare, da kann ja nichts werden. Na, egal. Wie gesagt, die müssen gewinnen. Was ich mache, ist dann im Endeffekt egal. Gott sei Dank. Boah, diese Ladezeit in diesem Spiel, ne? Entschuldigung. Jeieinig. Okay, Antin. Die Brüderzeit ist auf den 절대bote. Wie gesagt. Die Brüderzeit ist auf den Chancen. Der Fahrzeug ist auf die mandat. Die Brüderzeit ist auf der Schraubung. Die Brüderzeit ist auf der Schraubung. Warte mal, rot sind Driver-Tare, richtig. Ich muss gerade überlegen, welche Leute ich rausschieben kann, welche ich nicht rausschieben sollte. Wenn einer nicht fahren kann, dann bin ich da. Ich finde, ich finde, ich habe noch niemehr gedacht. So, ich versuche, dass wir alle anderen sind. Das ist so schön. Und das ist, dass wir diese Leute, die Leute da haben, was sie vielleicht besser wissen kann. Und das ist jetzt wichtig. Die Leute, die Leute, die Leute zu Hause und die Leute zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie können die so viel weiter springen als ich? Was sind die so viel schneller als ich? Warum bin ich so schlecht? Ist mir egal. Sag mal, hast du mich angeschoben, du Arschloch? Gut, wir verlieren das erste Event, aber das liegt nicht nur an mir. Was ist das? 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 Ich komme an den da vorne nicht dran, ne? Wir verlieren das Ding gerade, weil wir zwei ganz, ganz, ganz hinten sind. Super. Ich muss den überholen, aber ich komme an den einfach nicht ran. Ich bin zu langsam dafür. Oh nein, jetzt habe ich es verkackt. Das schaffen wir nicht. Nee, das hätte auch nichts gebracht, wenn ich den noch geholt hätte. Dann wären es 100 Punkte mehr. Das hätte nicht gereicht. Ja, wir wären erster, zweiter und dann drei ganz hinten. Nö, ich bin zu lang, da war erster hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, 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 nein. Oh, shit. Der zählte, ja, der zählte. Oh, Gott sei Dank, Sie. Ey, Ratte. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Das Ding haben wir. Das Ding haben wir. So, wenigstens das. Einer ist raus, ne, einer ist noch nicht im Ziel. Super, was macht der denn da? Ja, so eine kleine Strecke, ja, super. Ich glaube, da haben wir nicht so die Chance. Ah ja, da sehen wir jetzt. Ach, jetzt werden mir oben rechts auch die Auszeitungspunkte angezeigt. 207.000, juhu. Los geht's. Das ist ein Grand Final. Oh, Mann. Ah ja, das ist ein Grand Final. Oh, Mann. Oh, Mann. Sollte Sorry, ich habe dich wieder gerade geschoben. Sehr gut. Nice, 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 nice. Nice, nice. Ich bin so schlecht. Nice. 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 Jungs schiebt euch jetzt nicht gegenseitig raus, wir sind in einer sehr guten Position das hier zu gewinnen. Okay, ich mach den Verteidiger jetzt. Jo, oh, okay, wir haben wieder eine KI überholt. Das war, okay. Weil wenn jetzt nichts schief geht, soll es mir das Ding in den trockenen Küchern haben. Okay. Das haben wir. Gott sei Dank haben wir das. Ich hab's schon aufgegeben. Ich hab's echt schon aufgegeben. Das sind 10 Forza-Ton-Punkte. Das ist richtig, richtig viel. Schön. Wenigst keine Hupe. So ist einiges wert. Und jetzt gibt's wieder jede Menge Auszeichnungspunkte links. Ja, gut. Ja, schön. Festival-Spielliste. Wir sind bei 65 von 64. Und das trotz, dass denen die Kakteen nicht zählen. Ja, ist egal. Kann ich nichts mehr ändern. Wir sind durch. Das heißt, die Herbstsaison kann kommen. In vier Stunden geht's los. Da hab ich auch schon vier Punkte für. Okay, ich frag, ich frag gar nicht erst, warum. Ach, da hab ich die, ach, Monatsrivale. Okay, den brauch ich gar nicht mehr machen. Guck mal. Das ist, ah, Gott sei Dank. Sehr schön. Und da gibt's dann Honda Civic und Radical S. Ja, XC. Und hier haben wir 80 von 247. Boah, 80 mal 4 sind. 40, 160. Ja, das sollten wir locker schaffen. Jut, das war's. Spezial-Spezial-Drift-Folge. Und hast du nicht gesehen. Und Forza-Ton. Und beim nächsten Mal sollte es dann wieder im Koop weitergehen. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.